Jana Tiloka Mahatera – Sein Leben Geboren am 19. Februar 1878 in Wiesbaden, gestorben am 28. Mai 1957 in Colombo. Florus Anton Walter Güth wurde als Sohn des späteren Direktors des städtischen Realgymnasiums Prof. Anton Güth geboren und hatte noch drei Geschwister. Nachdem er 1896 auf dem Gymnasium seines Vaters in Wiesbaden das Abitur gemacht hatte, studierte er zunächst Privatmusik in Wiesbaden und besuchte von 1898 bis 1900 das Konservatorium in Frankfurt und von 1900 bis 1902 in Paris. In seinem katholisch-frommen Elternhaus wuchs im Alter von zehn Jahren sein Wunsch, sich dem religiösen Leben zu widmen und die Heiden in Afrika zu missionieren. Ebenso hatte er starke Zuneigung zum mönchischen Leben. Er wünschte innig, dass sein Bruder, der Jura studierte, Mönch werden möchte und war glücklich, als dieser Kapuziner in Mainz wurde, wo er bald wieder austrat. Er selber stellte sich vor, wie er in der Kirche über die Vergänglichkeit der Welt predigen würde und wie alle Hörer ihren Reichtum loslassen würden. Äußere Zeremonien lehnte er aber bald ab, kniete nicht mehr in der Kirche, nahm kein Weihwasser und bekreuzigte sich nicht mehr. Dafür ging er jeden Abend, wenn die Kirche leer war, dorthin und verschlang die Nachfolge Christi von Thomas Akempis. 1897 lief er von zu Hause weg und trat in Maria Lach bei den Benediktinern als Novize ein. Jedoch sagte ihm der Kadavergehorsam nicht zu. Er kehrte nach Hause zurück und setzte seine musikalischen Studien an Klavier, Violine, Viola und Klarinette fort. Die großen Musiker verehrte er aufs Höchste. Die Liebe zur Musik, zur Natur und zur Religion führte ihn fort vom persönlichen Gott und hin zum Pantheismus. Das erste philosophische Buch, das ihm großen Eindruck machte, war Platons Phaedon, das er mit einigen Freunden im Walde las. Es folgten Descartes, Kant's Kritik der reinen Vernunft, Werke von von Hartmann, Aber vor allem studierte ich mit äußerster Gründlichkeit die gesammelten Werke Schopenhauers in sechs Bänden. Ab 17 Jahren verzichtete er für immer auf Alkohol und Rauchen und trank auch in Maria Lach nichts. Anfang 1899 wurde er in Frankfurt Vegetarier und besuchte oft das vegetarische Restaurant Ceres. Dort hörte er 1899 einen Vortrag des theosophischen Redners Edwin Böhme und wurde dadurch ein begeisterter Anhänger des Buddha. Als er seinem Musiklehrer, Professor Bassermann, von dem Vortrag erzählte, schenkte ihm dieser den buddhistischen Katechismus von Zimmermann und empfahl ihm die von A. Pfungst übersetzte Buddha-Biografie Ashwagosas, Buddha-Karita. So reifte in Güt der Entschluss, in Indien buddhistischer Einsiedler zu werden. Er wusste nur nicht, woher er die Tausende für eine Reise dorthin bekommen sollte. Inzwischen konzertierte er schon als Geigenvirtuose, machte 1901 auch eine Konzertreise nach Algerien und las mit zwei Musikfreunden Tolstoi, Platon und vor allem das Buch, das den tiefsten, verwandelnden Eindruck auf ihn machte. Ernst Freiherr von Feuchtersleben Zur Diätätik der Seele Wien 1838 Nachdem er in Frankfurt den Entschluss gefasst hatte, nach Indien zu reisen und dort buddhistischer Mönch zu werden, ließ ihn diese Idee auch die ganze Zeit in Paris nicht mehr los. Als ersten Schritt gen Osten nahm er ein Engagement als Violinist nach Saloniki an, das damals noch türkisch war. Im Mai 1902 verabschiedete er sich in Paris von seinen Freunden, besonders Rumänen, fuhr mit der Bahn nach Marseille und dann per Schiff nach Patras. In Saloniki spielte er neun Monate lang. Dann fuhr er in mehreren Etappen gen Osten, wobei er an Deck schlief. In Ägypten und Bombay verdiente er sein Geld als Musiker. Als er in Bombay ankam, merkte er erst, dass der Buddhismus in Indien schon seit 700 Jahren ausgestorben war. So ging er denn im Juli 1903 nach Colombo. Er erkundigte sich nach Europäern im Orden. 1900 war der englische Aristokrat Gordon Douglas von einem siamesischen Mönch zum Biku Asoka geweiht worden, starb aber noch im selben Jahr an Cholera. Diesem ersten Europäer als Biku folgte ein zweiter. Im Dezember 1901 war der schottische Chemiker Alan McGregor 1872 bis 1923 in den burmesischen Sangha eingetreten und hatte am 21.05.1902 die Mönchsweihe unter dem Namen Ananda Maitreya oder Maiteya in Akiap erhalten. Er gründete am 15.03.1903 in Rangun die International Buddhist Society. Dies berührte Güt so sehr, dass er im Sommer 1903 nach Rangun, das damals zum britischen Indien gehörte, fuhr und als erster Deutscher in den Orden eintrat. Im September 1903 wurde er Novize, im Februar 1904 Mönch. Sein neuer Name war Njana Ti Loka, Kenner der drei Welten. Er begann eifrig Pali zu lernen und Texte ins Deutsche zu übersetzen und zu interpretieren. Nach seiner Rückkehr nach Colombo 1905 lebte er auf der kleinen Insel Galgo Diana, genannt Kulalanka, Klein Ceylon. 1906 nahm er in Matara seine ersten beiden Schüler als Novizen auf, den 20-jährigen Holländer Bergendahl Sunno, gestorben 1915, und den Deutschen Fritz Stange, Sumano. Während eines zweiten Aufenthaltes in Burma ordinierte er Ende 1907 als Novizen Sazana Wansa den Schotten G.F. Meketschny, später Bikku Silacara 1871-1951, sowie 1907 den deutschen Buchhändler Walter Markgraf, Samanero Dhammanusari. Dieser veranlasste ihn, einen Aufruf für ein buddhistisches Kloster im Tessin herausgehen zu lassen. Schon im nächsten Jahr, 1908, kehrte Markgraf nach Deutschland zurück und gründete in Breslau seinen buddhistischen Verlag. 1910 kam Jana Tiloka, der 1906 einen dreimonatigen Besuch in Wiesbaden gemacht hatte, in Verfolgung des Klosterplanes von Colombo ein zweites Mal nach Europa und lebte eine Zeit lang bei Novaccio im Tessin in einer Almhütte, weil man von der Gemeinschaft der Zeitschrift Coenobium in Lugano e Bignami eine Realisierung des Klosters erhoffte. In Novaccio schloss sich ihm El Stolz oder Wapo als Laihenschüler an. Den Winter 1910-11 verbrachten beide in Nordafrika, wo er Alexandra David Niel in Tunis kennenlernte. Später sah er sie auf Ceylon und in Sikkim wieder. Dann kamen sie in das von dem französischen Ingenieur R. A. Bergier eingerichteten Caritas Viharo bei Lausanne. Dort hatte Jana Tiloka vorher am 23.10.1910 Bauer oder Condagno als Novizen ordiniert. Dieser war am 6.12.1910 von Genua nach Colombo gefahren, um dort ein Kloster europäischer Mönche zu sondieren. Bei Gaul an der Südspitze Ceylons entdeckte er 1911 in Ratagamasee bei Dodandue die Insel Polgastue als geeigneten Ort. Jana Tiloka kam von Lausanne im Frühjahr 1911 mit drei Laien-Schülern dorthin und gründete am 9.7.1911 auf Polgastue die Island Hermitage, die aber erst 1914 durch Schenkung von Bergier, der die Insel aufgekauft hatte, in seinen Besitz überging. Die Nachbarinsel Mettidue wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen Damm mit Polgastue verbunden. Es wurden auf der bergigen und mit Urwald bestandenen Insel Hütten errichtet und bald kamen Mönchsschüler aus Deutschland. Im April 1914 brach Jana Tiloka mit Wapu nach Tibet auf, um dort für den ursprünglichen Buddhismus zu missionieren, wurde aber in Sikkim durch ungünstige Umstände zur Rückkehr nach Ceylon gezwungen. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam er mit zwei tibetischen Mönchschülern aus Sikkim zurück, Punyati und Suban. Jana Tiloka und seine deutschen Mönche, Zwillinge Bauer, Stolz, Stomps, Lenga, der österreichische Mönch Fitz sowie die deutschen Klostergäste, Ankenbrand und Sobchak, durften zunächst unter Aufsicht vier Monate lang auf Polgastue konfiniert bleiben. Als der Krieg durch die Unternehmungen der Emden näher rückte, wurden diese acht Personen zunächst in Ragame und dann im Hochland in Diyatalawa hinter Stacheldraht festgesetzt, zusammen mit anderen Deutschen, wie einem Teil der Besatzung der Emden. Zwei Mönche mit US-Staatsangehörigkeit, Beck und Franklin, konnten auf Polgastue bleiben. Beck starb im Dezember 1914. Im Mai 1915 wurden die Neuen nach Australien in ein 3000 Personen umfassendes Sammellager Liverpool, Neu-Süd-Wales, bei Sydney gebracht, wo sie mit deutschen Missionaren zusammen interniert blieben. Am 15.11.1916 erhielten die Mönche und Missionare die Anerkennung ihres Status als Geistliche und bekamen die Erlaubnis, über die noch neutrale USA ins Reich zurückzukehren. Janatiloka kam auf der Sierra nach Hawaii, Honolulu, weil er hoffte, dort ein japanisches buddhistisches Kloster zu finden. Die Tempel wiesen ihn aber ab. Ohne die Hilfe einer buddhistischen Amerikanerin, Frau Forster, hätte er verhungern müssen. Auf seine Bitte, ihm die Überfahrt nach China vorzuschießen, tat die deutsche Botschaft in Washington dies. Am 29.12.1916 fuhr er mit der China über Japan nach Shanghai. Am 10.02.1917 schrieb er aus Hangkau an Silachara in Rangun. Er wollte in Südwest-Yunan ein Therawada-Kloster suchen. In Chungking im Drei-Gespenster-Kloster setzte er im Mai 1917 seine Übersetzung der Angereiten-Sammlung fort, wurde aber, als er wegen Bürgerkrieg nach Hangkau zurückgekehrt war, auf Druck der britischen Regierung dort unter Bewachung zurückgehalten, weil man ihn für einen Spion hielt. Nach dem Kriegseintritt Chinas wurde er dort im September 1917 zusammen mit Sobchak, obwohl andere Zivilisten in China frei blieben, auf britische Initiative als feindlicher Ausländer bis Kriegsende interniert, wo er im Dezember die genannte Übersetzung beendete. Im Mai 1918 hatte er die Blattern. Im Mai 1919 kehrte er als Mönch nach Deutschland zurück. Er besuchte zunächst seinen Bruder in Hamburg-Blankenese. Eine Einladung Grimms lehnte er ab, besuchte aber O. Schloss. Ende 1919 arbeitete er einen Monat in Berlin in der Stabi an der Übersetzung des Melinda Panha. Als Else Buchholz davon erfuhr, nahm sie ihn und Stolz, oder Wappo, in Oberhambach auf. Vom Rest ihres Vermögens stellte sie eine Kaution von je 25.000 D-Mark, damit beide wieder nach Asien reisen konnten. Sie selber fuhr auf der Asia von Triest an mit. Da die Briten den Deutschen 1920 in Kolombo und Singapur die Einreise verweigerten, fuhren sie weiter nach Tokio. Im Winter 1920-21 fuhr er mit Wappo über Java nach Bangkok, um in Siam in ein Theravada-Kloster einzutreten. Sie wurden jedoch als Spione verhaftet, erkrankten an Malaria und wurden im März 1921 nach China abgeschoben. So kamen sie wieder nach Japan, wo Fräulein Buchholz sie abholte. Nyanatiloka blieb dann in Tokio von Mai 1921 bis April 1926. Durch Dr. Wata Nabe, einen bekannten Buddhisten, erhielt er die Möglichkeiten der Lehrtätigkeit neben der Unterrichtung von Privatschülern. Er war wie folgt tätig. 1. Taisho-Universität, Pali und Deutsch 2. Kumasawa-Universität, Pali 3. Meiji-Hochschule 4. Medizinische Hochschule in Shiba, Pali und Deutsch 5. Militärakademie 6. Staatliche Hochschule für Fremdsprachen Am 1. 9. 1923 erlebte er das fürchterliche mehrtägige Erdbeben mit, das Tokio und Yokohama verwüstete. Wie ein Wunder blieb sein Haus außerhalb der Stadt unversehrt. Als das Beben zwei Minuten vor Mittag begann, schluckten er und Wapo gerade die letzten Reste ihrer Mahlzeit herunter. Nyanatiloka war auf das Schlimmste gefasst und rezitierte für sich in Pali einen Text über die Nicht-Ichheit der fünf Daseinsgebilde. Nachdem er in Japan viele Vorträge gehalten und viele Freunde erworben hatte, erfüllte sich nach vielen Eingaben endlich seine Sehnsucht, nach Ceylon heimkehren zu können. Ende 1925 erhielt er vom britischen Gesandten in Tokio, Elliot, die Nachricht, dass der Gouverneur von Ceylon seine Rückkehr gestattete. Da er aber seinen Kontrakt mit der Militärakademie nicht brechen wollte, blieb er noch bis April 1926 in Tokio. Dann konnte er per Schiff mit Wapo nach Colombo zurückkehren. Von dort holten ihn Freunde im Auto nach Dodandu. So konnte er nach zwölfjähriger Odyssee das stille Leben auf Polgastur wieder aufnehmen. Bald kamen auch wieder Deutsche als Mönche, jedoch blieben nicht viele. 1929 wurde er Präsident der von Govinda dort gegründeten Internationalen Buddhistischen Union und reiste mit ihm nach Burma. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde er mit seinen deutschen Mönchen Wapo, Nyanaponika, Dr. Bruno, Krauskopf, Gebrüder Schönfeld wieder in Diyatalawa interniert. Bei Ausbruch des Pazifikkrieges wurden insgesamt 44 Deutsche aus Ceylon, darunter jene sieben, in Nordindien, in Dehradun interniert. Im Lager traf er auch wieder Govinda, andere waren Dr. Fritz, Friedrich Möller, später Mönch, Walter Eidlitz und Heinrich Harrer. Diesmal wurde den Mönchen der Status von Geistlichen verweigert, jedoch brauchten sie im Lager keine Handarbeit zu verrichten, sodass er seine Übersetzungen weiterführen konnte. Auf Fürsprache des zailonesischen Ministerpräsidenten Sena Naeke konnte er im Herbst 1946 mit seinen Schülern nach Polgastur zurückkehren. Er wurde dann Staatsbürger des 1948 unabhängig gewordenen Zailon. 1952 siedelte er mit Janaponica und Wappo in das klimatisch günstigere Candy über. Im ehemaligen Königspark Udawattakele lebte er in einem Waldhaus, der Forest Hermitage. Er hatte eine ungemeine Sprachbegabung. Auf der Schule hatte er Griechisch und Latein gelernt, später selber Englisch, Französisch und Italienisch. In Asien lernte er Pali, Sanskrit, Sinhala und Bormesisch, sowie etwas Arabisch, Chinesisch und Japanisch. Außer Zailon liebte er besonders Burma, das er öfter besuchte, zuletzt zusammen mit Janaponica 1951 und 1954 in Verbindung mit dem VI. Konzil. Wegen Heiserkeit konnte er seine Ansprache ans Konzil nicht selber halten, sodass Janaponica sie verlesen musste. Mitte 1954 erkrankte er, kam ins Krankenhaus in Candy und wurde im Januar 1955 in Colombo operiert. Bei der Rückkehr in die Forest Hermitage erholte er sich rasch wieder, sagte aber zu Janaponica, er würde das 80. Jahr nicht erreichen. Als im Dezember 1955 seine Kräfte nachließen, ging er nach Colombo, wo er bessere ärztliche Versorgung fand. Auf Einladung der German Dhammaduta Society lebte er dann in deren Anwesen. Friedlich starb er dort drei Monate nach seinem 79. Geburtstag. Er erhielt am 2.06.1957 ein Staatsbegräbnis auf dem Unabhängigkeitsplatz. Dabei sprach der tschechische Mönch Diana Satter im Namen seiner Schüler ebenso der Premierminister und der deutsche Gesandte. Seine Asche wurde am 9.06.1957 nach Polgastur überführt. Das Grabmal trägt in vier Sprachen, Pali, Sinhala, Deutsch, Englisch, den Vers des Asachi. Von den Dingen, den bedingt Entstandenen, der Vollendete hat enthüllt. Ihre Bedingtheit und ihre Aufhebung, dies ist die Lehre des großen Asketen. Das Grabmal trägt in vier Sprachen, die 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 in vier Sprachen, die